7. August 2016 Zubiri nach Pamplona Die Nacht war leider wieder nicht so toll. Mehrfach war ich wach durch das bis in die Morgenstunden andauernde Fest auf dem Marktplatz. Wieder etwas zerknautscht stehe ich um sechs Uhr auf, bin noch ziemlich müde. Mein leichter Schlaf wird hier echt zum Problem. Da noch einige Pilger am Pennen sind, packe ich meine Sachen mit Hilfe der Taschenlampe, um das Licht auszulassen. Im Alberge gibt es noch ein schnelles Frühstück bei Café Conleche und Tostada, wie der Toast hier genannt wird. Ich gehe wieder gegen 6.45 Uhr los. Ich liebe diese frühen Morgen. Im Halbdunkel loszuziehen und den Sonnenaufgang live mitzuerleben, wenn der frische Frühdunst mit all seinen Gerüchen und morgendlichen Lichtspielen den Tag willkommen heißt. Und diese wunderbare Ruhe. Zu hören ist eigentlich nichts, außer die Geräusche der Natur und das Knirschen der Wanderschuhe beim Laufen. Das ist schon etwas Besonderes. Der Weg beginnt wieder mal mit einem langen Stück bergauf. Durchaus unattraktiv, wenn man permanent an einer Straße entlangläuft, die dann noch um ein riesiges Industriegebiet mit Magnesiumwerk herumführt. Dennoch bin ich bester Wanderlaune, trotz schmerzender Füße und Beine. Das Wetter scheint heute wieder ein Traum in Blau zu werden. Endlich geht es wieder über weite Felder und ein weiteres Stück bergauf. Vor mir geht eine recht korpulente Frau mit Trekkingstöcken, um die 45, einen recht zackigen Schritt. Bergauf kann ich kaum Schritt halten. Oben angekommen legt sie einen Stein auf einen Monolith mit Jakobsmuschel und gelben Pfeil, die als Wegweiser immer wieder auftauchen. Das ist oft zu beobachten, dass kleine Steintürmchen von Pilgern dort abgelegt wurden. Aus religiösen Gründen oder einfach nur als kleines Symbol, um an Familienmitglieder oder anderen Personen zu gedenken. Ich tue dem gleich und schicke ein paar Gedanken nach Haus. Dabei gebe ich ihr zu bemerken, dass ich ihre Fitness bewundere, wie sie hier den Berg hochmarschiert ist. Sie bedankt sich mit einem Lächeln und stellt sich vor. Kathleen, oder besser gesagt Kathy, wie sie gemeinhin genannt wird. Wir teilen uns ein paar Kilometer und reden ein wenig. Sie erzählt von ihrer Tochter daheim in den USA, St. Louis, und dass sie dort als Krankenschwester arbeitet. Und über Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hatte, um sich jobmäßig die Zeit für den Camino freizuschaufeln. Zunächst alles locker und eher oberflächlich, aber da scheint sich allmählich ein Ventil zu öffnen. In Eskiros halten wir bei einer kleinen, recht verfallenen Kapelle, die von zwei ehemaligen Pilgern restauriert wird. Das Ganze ist bekannt unter dem Motto Save the Abbey. Neil, ein Südafrikaner, und Katharina, eine Engländerin, wollen den Verfall dieser kleinen Abtei aus dem 12. bis 13. Jahrhundert verhindern. Mit viel Arbeit, Leidenschaft, Spenden und Hilfe von Freiwilligen versuchen sie der Abtei, neues Leben einzuhauchen, um Pilgern und Anwohnern irgendwann einen Ort der Einkehr zu ermöglichen. Auch ein Museum und eine Unterkunft sollen überdies entstehen. Die Abtei ist in einem erbärmlichen Zustand, obgleich innen schon vieles renoviert ist. Dennoch bleibt einiges an Arbeit zu tun. Ich unterhalte mich kurz mit Katharina, die mir mit Baby auf dem Arm haltend um die Schwierigkeiten berichtet und dass sie von der Kommune keinerlei Unterstützung erhalten. Ich bewundere deren Enthusiasmus und hoffe, dass sie erfolgreich mit ihrer Idee sind. Gern spende ich hier ein paar Euro. Ich wünsche alles Gute und gehe mit Kathy weiter. Kathy scheint indes ein wenig warm mit mir geworden und übernimmt inzwischen die Wortgewalt. Sie kehrt nun einige ihrer dunklen Kapitel hervor. Man spürt förmlich, wie gut es ihr tut, sich einige Dinge von der Seele zu reden. Sie erzählt von der Trunksucht ihres Mannes, der daran verstorben ist. Von ihrer Mutter, die neben ihren zwei Jobs gepflegt werden musste, von extremen Gewichtsproblemen, die sie auf 350 Pfund haben aufquellen lassen und wie sie es geschafft hat, sich aus diesem dunklen Tal herauszuarbeiten. Mein Englisch ist sicher gut ausgereift und ich bin auch ein guter Zuhörer. Aber die Informationsdichte und Ausgabegeschwindigkeit wachsen zu ungeahntem Volumen heran. Dieses wird irgendwann sehr anstrengend für mich, Ich erinnere mich an meinen Beschluss vom Vorabend, heute allein zu gehen. Tja, und jetzt hänge ich doch ein wenig in diesem Monolog fest. Wir erreichen La Rassuania, der Ort, wo Dan sich gestern einquartiert hat. An einem Automaten ziehen wir uns einen Kaffee-Konleche und machen eine kurze Pause. Die gelben Pfeile haben uns hier irgendwie verwirrt und wir müssen ein Stück zurück, wieder raus aus dem Ort und in andere Richtung weiter. Die Sonne scheint vom Himmel und beleuchtet die umliegende Landschaft und Weiden. Einfach herrlich! Einige Kilometer weiter und etlichen Zentnern an Informationen durch Kathy, mein Ohr ähnelt inzwischen einem Rhabarberblatt, treffen wir in einem kleinen Ort auf eine Gruppe von Amerikanern, die Kathy wohl kennt. Sie schnallt ihren Rucksack ab und begrüßt alle herzlich. Ich nutze die Gelegenheit, um mich zu verabschieden, um nicht zu sagen, davon zu stehlen, mit der Begründung, dass ich lieber etwas später in einem Kaffee-Rast machen will. Das war sicher auch ein Grund, aber ich bin doch froh, nun endlich allein weitergehen zu können. Der Weg führt nun eine ganze Weile an der Landstraße entlang, um dann ein paar Kilometer vor Sabaldiki wieder in einen steinigen, schmalen Pfad abzuzweigen. Dieser ist schon schwierig zu laufen, als ich dann, fast schon erschrocken, eine junge Frau mit Kinderwagen diesen Pfad entlang poltern sehe. In diesem Buggy sitzt ein etwa ein Jahr altes Kind, welches komplett mit Sonnencreme eingeschmiert ist und einen Strohhut trägt. Die Frau selbst, ebenfalls ziemlich voll Sonnencreme, hat anscheinend eine leichte Gehbehinderung. In Zubri hatten Pilger schon von ihr berichtet und dass sie dort keine Unterkunft mehr bekommen konnte. Eine Schande. Mit viel Anstrengung kippelt und hebelt sie den Buggy über die vielen Findlinge und Steine, die den Weg durchziehen. Der ist zudem auch noch schmal und nach rechts stark abschüssig. Das Kind hopst im Buggy hin und her. Ich kann da kaum hinsehen. An einer größeren Steinstufe helfe ich kurz und hebe vorn an. Die Frau, offenbar Französin, bedankt sich freundlich. Ich frage sie, wie sie es in Gottes Namen bis hierher geschafft hat. Sie spricht anscheinend nur sehr wenig Englisch und anstatt zu antworten, ballt sie die Faust und zeigt den Bizeps. Ich deute, dass sie mir sagen will, keine Sorge, ich bin stark. Sie berichtet, dass sie den Camino bis Burgos laufen will und bis er gut zurechtkommt. Dennoch gehe ich ein paar hundert Meter mit und hebe den Buggy immer wieder vorn an. Als der Weg dann wieder etwas ebener wird, verabschiede ich mich und wünsche weiterhin alles Gute. Ich denke die nächsten Kilometer noch an die beiden und frage mich, was ich von dieser Aktion mit Kleinkind halten soll. Ich schwanke zwischen Mut und Mangel an Verantwortung. Durch Zabaldiki geht es weiter an Weizenfeldern vorbei, um dann bei einer Autoraststätte steil bergauf einen Hang entlang zu führen. Die Sonne knallt inzwischen heiß vom Himmel und es ist schon sehr anstrengend. Unterwegs treffe ich eine Frau, die Fotos macht. Ich fotografiere dieselbe kleine Kapelle und grüße kurz. Ein paar Kilometer weiter, kurz vor Array, stehe ich auf einer Anhöhe mit tollem Blick und mache wieder ein paar Fotos. Die dunkelhaarige Frau von vorhin erscheint und stellt sich neben mich, um ebenfalls ein paar Fotos zu schießen. Ich bemerke, wie wundervoll hier die Landschaften sind. Sie stimmt zu und erwähnt die Anzahl der Fotos, die sie bereits gemacht hat. Wir gehen ein Stück zusammen weiter. Sie ist zwar nicht besonders rätselig, aber doch nett. Sie erzählt, dass sie gebürtige Schottin ist, aber in Irland lebt. Ich erzähle ein wenig von meinem Weg und was mir gefallen hat. Sie hört zu, wenn auch mit wenig Kommentaren. Plötzlich, in einer Gesprächspause, lässt sie sich in ihrem Gehtempo absichtlich zurückfallen und vergrößert den Abstand zwischen ihr und mir deutlich. Ich wundere mich erst ein wenig. Hm, got it. Sie will allein gehen. Kein Problem. Ich ja irgendwie auch. Ich bin allerdings nicht so unhöflich, schaue kurz zu ihr zurück und verabschiede mich mit einem See you. Sie winkt kurz zurück und ich gehe eben allein weiter. Hm, so viel habe ich doch gar nicht geredet. Am Ortseingang von Are geht es über eine tolle mittelalterliche Brücke über den Rio Ulzama, die ich, ohne ein Foto zu schießen, nicht überqueren kann. Am anderen Ende der Brücke befindet sich das Kloster Trinidad de Are, in der sich auch ein Alberg befindet. Die Tür steht offen. Ich bin neugierig und trete ein. Ein wunderschönes Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert. Je mehr Kirchen und Kapellen man besucht, desto mehr erkennt man Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in der Architektur, was durchaus interessant ist. Ich bekomme einen Stempel in mein Kredential und gehe weiter. Der Weg führt weiter durch Vila Val Are und die Füße und Beine tun inzwischen höllisch weh. Ich beschließe, eine Pause zu machen und setze mich in der belebten Passage an einen der Tische, die zu einem Straßencafé gehören. Zunächst gehe ich rein und bestelle ein großes Bier und irgendwas Frittiertes, gefüllt mit Käse und Schinken. Das tut gut. Dann muss ich endlich aus den Schuhen raus. Meine Füße sind zu einem einzigen schmerzenden Klumpen verschmolzen. Als ich die Socken ausziehen will, stelle ich fest, dass die Kompetpflaster gänzlich mit meinen Socken verklebt sind. Da die Pflaster aber gänzlich mit meiner Ferse verklebt sind, kann ich auch nicht stark an den Socken ziehen, um meine blasenmaltretierten Fersen in einem Stück zu belassen. Mit der Schere meines Taschenmessers trenne ich das Pflaster von der Socke und ziehe meine Trekking-Sandalen an. Die Boots hänge ich an meinen Rucksack. Am Tisch neben mir sitzt eine Gruppe von Pilgern. Eine blonde Frau hat meinen Schauspiel mit den Pflastern beobachtet und spricht mich an. Sie empfiehlt mir eine gewisse Salbe, mit der ich Füße und Beine einkrämen sollte. Die anderen beiden Männer am Tisch grüßen und ich stelle mich kurz vor. Allerdings möchte ich auch weiter. Gerade wenn man müde ist und die Beine schwer, sollte man die Pausen kurz halten, um die Muskeln nicht auskühlen zu lassen. Zumindest bei mir. Etwas gestärkt und mit entlasteten Füßen gehe ich weiter in Richtung Pamplona. Etwa fünf Kilometer sind es bis dahin. In einem kleinen Shop kaufe ich mir noch zwei Flaschen Wasser. Es ist nach wie vor heiß, um die 30 Grad. Etwa später treffe ich die kleine Gruppe wieder. Die blonde Frau begrüßt mich mit einem Lächeln und freut sich offensichtlich, dass wir uns wieder treffen. Ihr Name ist Apeka oder Aneka. Ich weiß das nicht mehr so genau. Belassen wir es bei Aneka. Sie kommt aus Ungarn und läuft seit geraumer Zeit mit den zwei Jungs. Wir unterhalten uns angeregt, was dem einen der beiden Begleiter scheinbar nicht sonderlich gefällt. Die zwei anderen heißen Henning aus Dänemark und Liam aus Irland. Liam ist ein lustiger Typ, der einen Scherz nach dem anderen reißt. Die letzten Kilometer sind angenehm, in Gesellschaft zu laufen. So vergisst man die brennenden Füße und Beine ein wenig. Henning drängt sich etwas ungestüm zwischen mich und Aneka. Ich vermute, dass er bei ihr wohl ernstere Absichten hat, die über rein freundschaftliches hinausgehen. Ich habe weder Interesse an einer Liaison noch an einer Prügelei und wende mich Liam zu, der ein angenehmer Gesprächspartner ist. Wir reden viel über Irland und Deutschland, was er auch sehr mag. Auch die Tatsache, dass ich in einer U2-Tribute-Band spiele, fasziniert ihn sehr. Auf der anderen Straßenseite sehe ich die Schottin, die vorhin allein laufen wollte, und berichte Liam darüber. Auch, dass sie in Irland lebt. Er lässt es sich nicht nehmen und geht zu ihr herüber, um sie anzusprechen. Ich bleibe indes auf meinem Weg, da ich ja weiß, dass sie, zumindest vorhin, auf Gesellschaft nicht viel Wert legt. Aneka läuft plötzlich wieder neben mir und fragt, wie die erste Etappe über die Pyrenäen war. Natürlich habe ich da einiges zu erzählen, und sie ist begeistert. Sie selbst konnte die Pyrenäen aus irgendwelchen Gründen nicht laufen und fing ihren Camino erst danach in Zubiri an. Hennings Mine verfinstert sich zunehmend. Ob das an mir liegt? Schweigend geht er ein paar Meter hinter uns und starrt auf den Boden. Plötzlich fällt mir auf, dass irgendetwas anders ist. Ich vermisse etwas. Mein Pilger starb. Ich habe ihn bei dem kleinen Laden vor der Tür stehen lassen. Ich Esel. Zurücklaufen würde rund 30 Minuten dauern. Es ist heiß und mir tut ab Oberschenkel nach unten alles weh. Nein, ich gehe nicht zurück. Dann kaufe ich mir in Santo Domingo eben einen neuen. Vor den Toren im Pamplona gehen wir entlang der Stadtmauer durch das Tor Portal de Francia, wo wir noch schnell ein paar Fotos machen. Ich möchte heute ein Hotelzimmer. Das sollte hier doch wohl möglich sein. Daher verabschiede ich mich von den Dreien, die ein Alberger aufsuchen wollen, sehr zur Erleichterung von Henning. Am Rathausplatz setze ich mich draußen in ein Café und trinke zunächst einen Café Conletche. Ja, ich bin bekennender Kaffee-Junkie. Und schaue mir das bunte Treiben auf der lebendigen Passage an. Ich schlendere ein wenig durch Pamplonas Altstadt, die wunderschön ist. Viele kleine Läden, Cafés und Restaurants eingefasst in wunderschöne alte Gebäude. Eine tolle sommerliche Atmosphäre hebt die Stimmung. An der Stierkampf-Arena vorbei entdecke ich an einem Gebäude das ersehnte Wort Hotel. Ich buche mir für 45 Euro ein Einzelzimmer. Nach der obligatorischen Dusche und Wäsche humple ich schmerzenden Fußes wieder in Richtung Innenstadt, weil ich Hunger habe. Am Vizekönigspalast, so habe ich gelesen, gibt es ein tolles Restaurant. Auf dem Weg dorthin begegne ich den dreien von vorhin. Liam freut sich und fragt, ob wir zusammen essen wollen, da sie gerade auf dem Weg zum selben Restaurant sind. Natürlich bin ich einverstanden. Jeder bestellt Ration. Das sind kleinere Portionen verschiedener Gerichte, wie Schinken, gegrillte Garnelen oder eingelegtem Gemüse. Dazu Bier. Ich komme nun endlich auch mal dazu, mit Henning zu reden. Er kommt schnell zum Thema Beruf, worauf er offensichtlich recht stolz ist. So ist er Ingenieur im Bereich Windkrafträder in Dänemark. Überdies berichtet er, dass es sein zweiter Camino ist und was er beim ersten so alles erlebt hat. Ein doch recht umgänglicher Typ, der Henning. Der erste Eindruck hat wohl etwas getäuscht. Ich schaue über den Tisch und glaube, kaum wen ich da sehe. Dän! Ich rufe lautstark seinen Namen. Er dreht sich zu mir um und wir freuen uns über das unerwartete Treffen. Nach Begrüßung und Umarmung erzählt er mir, dass er wieder mal nach Susanne sucht, die inzwischen allein im Pamplona unterwegs ist. Dän ist überdies ziemlich angefressen und sauer. Er ist mit zwei anderen Pilgern unterwegs, die er scheinbar gerade verloren hat. Wir stellen fest, dass SMS innerhalb Spaniens nicht wirklich zuverlässig übertragen werden und einige, die wir uns geschrieben haben, sind nicht angekommen. Natürlich biete ich ihm einen Platz an unserem Tisch an. Er möchte allerdings gern kurz nach seinen Kommilitonen Ausschau halten und wenn er sie nicht findet, kommt er gern auf uns zurück. Anscheinend hat er sie aber gefunden und wir sehen uns nicht mehr wieder. Ich bedauere das sehr, zumal ich morgen mit dem Bus nach Santo Domingo fahre und wir uns auf dem Camino sicher nicht mehr begegnen werden. Tja, schade. Aber es gibt ein Leben nach dem Camino und wir sehen uns sicher wieder. Es ist ein wunderschöner, warmer Sommerabend. Wir sitzen noch bis circa 22.30 Uhr und machen uns dann auf den Weg in die Unterkunft. Ich verabschiede mich von allen und wir wünschen uns Buen Camino. Ein wenig beneide ich die drei Jahre. Eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich gefunden hat. Dennoch ist man ja auch irgendwie eingeschränkt. Würde es mich am Ende doch zu sehr von mir selbst ablenken? Es ist sicherlich ein angenehmes Stück Freiheit, allein zu gehen, aber die Gesellschaft am Abend fehlt so manches Mal. Zurück im Hotel spreche ich noch kurz mit der Frau an der Rezeption. Sie sucht mir eine Busverbindung für morgen 7 Uhr nach Santo Domingo heraus und auf einem Stadtplan erklärt sie mir, wie ich dort hinkomme. Muchas gracias, Señora. Ich bin heute ziemlich müde und auch etwas durcheinander und ich weiß nicht so recht, wie ich das Ganze so weiterhin angehe. Kann ich das alles so ganz allein durchziehen oder besser gesagt, will ich das überhaupt? Wieder ein paar nette Bekanntschaften, die ich sicher nicht wiedersehen werde. Meet and Release. So. 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 Vielen Dank.